Turnteam Deutschland, it's my turn. In Rio 2016 zum Barrenfinale war ich eigentlich wie in Trance und bin dann in den Barren gesprungen und erst da gemerkt, dass ich jetzt wirklich das Olympische Finale habe. Tatsächlich habe ich das erst so nach der sechsten Turnerin dann auch überlegt, dass es vielleicht sogar für mich reichen könnte. Das war für mich grandios, einfach Gänsehaut. Es gibt nicht immer Höhlen, es gibt auch Tiefen und da muss einfach auch ein Team dahinter stehen. Ich bin ein ganz, ganz großer Teamplayer und deshalb bedeutet Team für mich alles. Das Streben, sich selber wieder noch ein Stück weiter zu bringen, das muss ganz oben dran stehen. Also das war für mich wirklich nach Rio das große Ziel, mit Stuttgart zur WM im eigenen Land auch teilnehmen zu können. Das war für mich. Ich bin ein paar Brittany. Mit Stuttgart Terry? Ich bin ein paarbollli. Ich bin ein paar sch Federn.